Was stimmt mit diesem Aufzug nicht? Gerade ging die Tür kurz auf und dann ist nicht losgefahren gerade, hä? Wir machen, ob es jetzt nochmal kommt. Dann ist die hinterher richtig langsam zugegangen, wie ihr gesehen habt. Untergeschoss. Ich hab das überhaupt nicht gemacht. Verstanden, hä? Nein. Ich hab nur diesen gemacht, diesen hier und dann diesen hier hab ich gemacht. Und dann hat er rumgeschwind. Und dann ist er nicht für jetzt losgefahren. Komisch. Jetzt geschafft. Dann tschau.